Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Heroes of a Storm. So, was ist das? Ja, die wollen das direkt einnehmen. Das ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. So, deckt einen großen Bereich auf, kann zerstört werden. Äh... Das haben wir ja letztens nicht machen können, deswegen ist mir das jetzt scheißegal. Und deswegen... Äh, da. Wir werden jetzt diesmal hinten stehen, ansonsten ist hier wieder irgendeiner dran oder die kommen einfach angelaufen und fickt mich weg. So. Okay. Ah, okay. Der hat das jetzt gemacht. Ah, das sind die Spinnen, die, äh, die Königin von, von Starcraft. Voll geil. Krass, Alter. Was die Feuerattacken macht. Richtig interessant. Na? Aua, aua, aua. Das tut weh. So, da hast du wieder meine Kuh reingekriegt, Junge. Die fette Kuh. Aua, aua, aua. Das wird voll weh. Hallo? Ich brauche hier mal voll viel Hilfe, Alter. Nein, die haben den einen Tempel übernommen. Nein, jetzt haben die den anderen Tempel noch übernommen. Ficken. Boah, alter Junge. Ah, die hat keinen Mana mehr. Das ist gut. Dafür kriegen unsere Terme gerade richtig auf den Sack. Ich weiß ja nicht wo. Ah, da. Oha. Okay. Bisschen doll. Ich muss den Turm einnehmen. Denn das ist sehr wichtig. Komm schon, bitte. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt muss ich wieder runter. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller. Schneller. Oh, oh, oh. Okay, jetzt bin ich tot. Oder? Ne, ich bin doch nicht tot. Oh, geil, Junge. Geil. Geil. So, jetzt brauche ich aber endgültig mal Hilfe. Weil ich bin ja ganz alleine gegen 28.000. Ja, wenn mir hier keiner hilft, dann kann ich da nichts wegen machen, ne? Endlich, Alter. Ja, okay. Der wurde zwar jetzt gestunnt, aber er hat mir wenigstens geholfen. Jetzt kriegt er recht Damage. So. Wir brauchen mal die Türme und alles. Das ist ein Boss. Ja. Aber klar. Ja, die haben hier all zerstört, dank dem Türm. Das könnte gut werden. So. Die nehmen wir uns jetzt aber. Komm schon. Komm schon. Die Wegfindung... Die Wegfindung ist nicht so geil. So, die haben wir. Das muss ich mal eben nach unten. Ansonsten fickt ihr uns hier unten. Oh, 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 jetzt fickt ihr mich. Aber klar doch. Versteh... Äh, äh... Ja, das möchte ich gerne. Ja, das möchte ich gerne. Also, dann, die benutzen wir nicht so oft. Die soll ich vielleicht gleich mal holen. Vielleicht jetzt. Und, äh... Die machen viel Damage. Die schaff ich nicht. Ohne meine E schaff ich die nicht. Und meine E ist jetzt bereit. Und meine E füllt alles auf. Die muss mehr auffüllen, Alter. Die muss viel mehr auffüllen. Boah, Alter. Junge, Junge, Junge. Aua. Das ist ziemlich... Ziemlich viel. Aua, ich bin tot. Scheiße. Fuck. Nein, nicht davor, nicht davor, nein. Oh, scheiße. Ist ja gut gemacht. Das wird eng. Ja, das wird eng. Thank you for your help, Kansas. Mabba, blablabla, blablabla, blablabla. Ja, ja. Hm. Alter, Junge. Wie viele da sind. Ja, beschützt mich nicht. Okay, okay. Ist okay. So, der healt mich ja. Der da bitte. Und direkt. So. Weil damit clearen wir direkt die Wave. Und dann klappt das alles viel besser. Bleib jetzt zum Rückzug. Okay. Ich möchte jetzt aber noch nicht zurück, Alter. Aber ich möchte mal bitte, äh, hier die Scampte machen. Sie sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Ja, genau, das habe ich gebraucht. Aber klar, tötet diese Söldner. So, komm schon, bitte. Jetzt aber bitte diese Söldner da. Sehr gut. Unseres. Die nehmen wir jetzt auch mal. Gut. Sehr, sehr gut. Ja. Hallo. Wollt ihr mir mal helfen, Alter? Das war nice. Nice. Ja, ich muss, äh, zurück, ne? Boah, geil, Alter. Ja. Das kann nur einer da hin, ne? Boah, Alter. If I hit my Ulti, dann würde ich alles machen. Ich werde alles runter machen. So, Junge. Jetzt wird gefickt. Oder auch nicht. Ich stirb jetzt nämlich. Aua, 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 Aua. Äh, da. So, jetzt nehmen wir das aber ein. Und dann wird gefickt, ja? Klappt doch, Alter. Endlich. Aua, Aua, Aua. Verpiss dich, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein. Ach, verpiss dich doch. Das war so schön, Alter. Naja. Man kann nicht alle Spiele gewinnen. Ich denke mal, wir werden die Spiele verlieren. Oh, ich hab voll nackten Schmerzen. Oh, egal. Komm schon, greif die an. Greif die an. Komm schon. No, dann nicht. Ist okay. Ist okay. Ich nehm mal dieses Camp hier. Vorher mache ich noch die Wave hier weg. Und dann... Ich brauche dieses Camp hier. Ich brauche dieses Camp hier. Ja. Na los. Ich sterb hier doch gleich nicht, oder? Alter. Das war schon ein bisschen happig, ne? So. B. Äh, verringert, beeinträchtigen wir... Ba, ba, ba. Geil. Das ist geil. Jetzt muss ich mal eben hier Bot steffen. Weil keiner ja Bot geht, ne? Ein bisschen Bot pushen. Zeigen wir es Ihnen. Schnell und hart zu schlagen. Ja, wir haben es kurz eingenommen, ja? Oben wird aber durchgepusht. Das ist gut. Dank meinem Camp da. Jetzt muss... Jetzt muss nur noch das Ding da unten eingenommen werden. Weil es zerstört gerade unsere Dinger. So. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Oh. Bitte. Komm schon. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Geil, alter. Geil. Geil, geil, geil. So. Jetzt wieder Bot gehen. Bot, 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 bot. Bot, 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 bot. Komm schon, Junge. Komm schon. Ja, das ist gut. Das ist gut. Gut. Ja. Weiter. Okay. Sehr gut. So. Schnell zurück. Und jetzt, äh, zu top. Ja. Schnell, 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 schnell. Ey. Wie seid ihr jetzt abgebrochen, Alter? Okay. So. So. Wie geht's unserem Boss? Ja, ganz gut. Ganz gut. Der macht da alles. Das ist gut. Das ist gut. Der marschierte durch. In Ordnung. Schnell zu einem Heilbrunnen. Ich geh da unten schon mal hin. So. Und ich hoffe jetzt, hier ist keiner. Doch, da ist schon unten einer. Geil, Alter. Geil. Geil, 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 geil. Geil. Das könnte noch mal knapp werden. Ja. Die ficken uns und wir ficken die. Aber wir ficken die nicht genug. Ups. Wir ficken die hier nicht genug. Und die ficken uns da oben. Ja. Der wird gefickt. Talents, äh. Geil. Okay. So. Ja. Oh, ich muss zu Bord. Ich muss zu Bord. Bord, 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 Bord. Momentan geht es. Oben wird gepusht. Äh. Oben kommen sie, oben kommen sie. Jetzt verlieren wir. Jetzt verlieren wir. Na, 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 na. Oh, oh. Aua. Mann. Mann. So. So. Ja. Wir verlieren jetzt eindeutig. Wir müssen einfach nur drauf rumknüppeln und dann haben wir verloren. Ja. So. Würde ich jetzt wieder sagen, äh, ihr habt genug gesehen. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal, ne. Tschüss. Vielen Dank.